Dich hat sich ja Perikles geschickt. Richtig. Er sprach von einem Scherbengericht, doch er sagte mir nicht, was er von mir erwartet. Natürlich nicht. Dafür bin ich da. Rede ich doch weiter. Entschuldigung. Wenn jemand verbannt wird, kann er je zurück? Er würde definitiv bestraft werden. Ja, aber das war nicht meine Frage. Was muss man tun, um vor dem Scherbengericht zu landen? Es reicht, wenn man als Gefahr für die Stadt oder das Volk gesehen wird. Dann kommt eine Abstimmung. Wow. Demokratie. Zugang. Bleib hier. Gut. Dann. Lalalalalala. Achso. Wieso ist das da ganz hinten? Was ist das für eine schwarze Magie? Blüter aus der gesamten griechischen Welt. Kommt zu glauben, dass die Stadt von einem spartanischen Heer belagert wird. Ja, also Belagerungen sahen auch nicht wirklich so aus wie hier. Wenn man das so sagen darf. So. Okay. Gut, dann machen wir mal unseren Radarvogel an. Unsere Throne. Was ist da? Egal. Okay, das heißt, wenn ich mir ungesehen, ungemerkt Zutritt verschaffen soll, darf ich wahrscheinlich auch niemand töten, würde ich sagen. Versteck mich mal hier runter. Warte mal. So würde ich verbannt werden. Ich würde vermutlich sofort geköpft werden. Oh, cool. Keiner kann dich sehen, wenn alle tot sind. Entschuldigung. Ist das auffällig, wenn ich unter der Fahne bin? Ja, offensichtlich. Aber danke für die Warnung. Also ich bin rein, ohne dass mich jemand bemerkt hat. Tobias ist rein und überall Leichen. Ja, natürlich. Das ist Tobias Teil. Warte mal. Okay. Wo ist das? Da drüben ist das. Okay, da unten sind zwei. Die knuddeln ein bisschen. Das ist ja auch schön für sie. Okay, der ist glaube ich genau unter mir. Dann warte ich ein bisschen. Gut, gut, gut. Genau unter mir ist das. Das ist dann Fenster. Nicht wirklich, oder? Das sind nur so Schießschaden. Die sind ja ganz schön gechillt dafür, dass sie dich entdeckt haben. Ja, das stimmt. Oh man, jetzt sehe ich gerade eher, also ich dachte, wie ich gerade auf dem Monitor zeige. Ich dachte das da, also die 37 Meter, das ist quasi der Punkt, so ja hier ist das Gebiet und unter mir das da ist so das Flacon oder so, das ich halt austauschen muss. Tja, ich muss aber beide austauschen. Good job Tobi, good job. Das ist ja stehlen. Ich, 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 boah, das, das Spiel zwingt einen zu stehlen. Das finde ich nicht, nicht in Ordnung. Nein, nein. Okay. Oh damn it, das kannst du machen. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Ohne jemanden zu töten. Wie komme ich da hin ohne den zu töten? Ähm, oh Pfeile. Die werde ich wahrscheinlich bald brauchen. Okay, ich schaue mal nochmal mit meinen Müllen. Kleinen, coolen Falken. Wo ist der Eingang? Richtige, einen richtigen Zeitpunkt abwarten und durch die Tür. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Aha. Alles klärchen, mein Bärchen. Let's go. Das ist definitiv der falsche Moment. Haha. So, ich, ich warte mal, bis, bis der da hinten sich verzieht. Die andere Tür. Was war das für ein cooler? Oh, haha. Bleibt die ewig da? Das finde ich echt cool, dass die, die Hände da, äh, abwechselnd. Und, äh. Ich hasse es, mit dem Hände zu schreien. Ja, fällt gar nicht auf. Ja, den Punktbogen, den Boden. Hä? Voll cool. Gut, da gibt's also einen zweiten, ne zweite Tür. Wahrscheinlich dann auf der anderen Seite von mir. Hey, hab ich dir schon erzählt, was ich auf dem Meer gesehen habe? Ein Schiff ist krammlich durch ein anderes durchgeflückt. Das zerfrihend zwei Teile. Doch, man hat nichts gehört. Ein Freund von mir war zu einem Schiff, das gesunken ist. Er musste einen ganzen Tag schwimmen, bis Landwirt sich war. Ah. Ich muss Poseidon erzürnt haben. Jedes Mal, wenn ich auf dem Wasser bin, geht irgendwas schön. Scheiße. Entschuldigung. 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 Egal. Tot und Verderben. Au. Aua. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Ich bin dagegen. Ich bin, ich bin Pazifist. Ach, verdammt, stimmt. Ich muss ja jetzt alle töten, ne? Hey, wer schießt da? Das habe ich gespielt. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier kurz. ich will darunter danke so so nein so ja egal ich will sie nur verwirren also ich ich mach das mit absicht wo bin ich ja wo bin ich ja fein such ja ich gehe hier einfach so jetzt weich halt aus danke da ist noch mehr ja wo bin ich ich bin zu schnell ich bin zu schnell die tür rein ja deine augen sind alles andere als offen stehe doch einfach aber dann dann haben sie mich ja gesehen hier ein einfach ein verbotener ort für die dürfen sie hier nicht rein das sollte reichen ich gebe pericles kontaktmann bescheid ist alles wieder okay alles wieder okay ich habe überlebt das lief besser als ich dachte wie komme ich jetzt raus warte ich darf hier jetzt alles stehlen weil die wir haben mir weh getan wir haben eine frau geschlagen und das geht nicht da komme ich jetzt hier weg weißt du was ich gehe einfach ganz dreist also wenn die quest jetzt noch zählt dann weiß ich nicht warum man warum man die quest hat das eben unbemerkt zu machen naja ok also mal schauen aber klar die muss ja zählen weil sonst wäre es ja am anfang schon gescheitert gewesen das stimmt noch ok ich gehe mal kurz hierhin so verkaufen kann ich was verkaufen krieger und kritischer schaden bei voller gesundheit das habe ich ja immer attentat glaube ja nee aber die die kann ich ja überlegen die behalte ich krieger und speer schaden die verkaufe ich dann und verbessert die ok so dann verbessern das ist geil 600 kostet das wie viel habe ich 1900 2900 sind normalerweise normal da muss man nicht schauen ob die wahl ich weiß ehrlich gesagt ne alter verbesserung kaufen 2400 aber das mit dem speer das speerkampf ist halt schon auch geil aber da vorne ja das ist das hält die halt wirklich auf distanz ne das kann ich machen das ist relativ günstig ok dolch oder speer ich mach torch also du speer ok probieren wir mal den speer ich mach torch also du speer und ich mach torch oder du speer das Den kann ich nicht verbessern, weil ich kein Holz mehr habe. Warte, hat das Holz gekostet? Nee, okay. Gut, wir verbessern dann. Wir verbessern dann als erstes den durch. Wir brauchen noch ein bisschen was. Erledigt. Das ging schnell. Was wirst du mit ihnen machen? Im Brunnen versenken. Ah, der Offizielle ist eingetroffen. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Es gab Hinweise auf einen Betrugsversuch bei der Abstimmung. Was? Keine Sorge. Die Ostraka sind vollzählig. Sie wurden ausgezählt und Anaxagoras muss in die Verbannung. Ehe nicht leichtfertig Freundschaften ein. Doch tust du es. Sei loyal und beständig. Es wird alles viel schwerer für mich, nun da Anaxagoras Athen verlassen muss. Wir standen uns nahe, wenn auch nicht so nahe wie er und Perikles. Es ist komisch, dass Perikles nicht hier war, um ihn zu verteidigen. Ist er in Schwierigkeiten oder mag er ihn doch nicht so? Ah, cool, Flo. Cool, Glückwunsch. Oh, praktische Prüfung hinter dir. Super. Zum Glück musst du bei denen nicht Rechtschreibung machen. Ohoho. Ne, da war... War viel, sorry. Alles gut. Wir sind tatsächlich total genervt. Es ist mal kein Unterschied, ob man gesehen wird oder nicht. 201 Holz, ich hoffe, das sind keine Stäbchen und keine Stämme. Nicht Sokrates ist besser. Ich habe... Das ist P.T.S.T.E. Fand ich. Es ist wie eine... Okay. Gut. Sag mir, wer du bist. Warum sollte sich Perikles einmischen? Würde Perikles jemanden verteidigen? Einen Freund? Sicher. Doch Anaxagoras schien zufrieden mit dem Urteil. Dieser Tag wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Hm. Okay. Du sagtest, ihr steht euch nah. Er war wie ein Mentor für mich. Viele meiner besten Ideen sind das Ergebnis unserer intensiven Unterhaltungen. Intensiv? Sag mir, wer du bist. Wer bist du? Hör dich um. Man wird dir sagen, ich bin Sokrates. Aber Namen sind Schall und Rauch. Unsere Taten bestimmen, wer wir sind. Namen sind Schall und Rauch. Jede Tat hat ihren Reiz und ihren Preis. In diesem Sinne, sag mir, mit wem habe ich die Ehre? Ähm. Tja, Namen sind Schall und Rauch. Ich bin Kassandra. Mein Name ist Kassandra. Und doch kenne ich dich nicht wirklich. Vielleicht kann ich auf anderem Wege erfahren, wer du bist. Du willst mich kennenlernen. Wissen ist das einzige gute Intervalle. Stimmst du jetzt? Okay, Drachmen sind das wichtigste. Wissen ist das wichtigste. Ich würde sagen, Wissen, weil mit Wissen kann man Drachmen verdienen. Also... Natürlich. Die Suche nach Wissen trägt mich an. Dann sind wir beide vom selben Schlag. Ich habe zu Schlag gesagt. Welche Waffe man einsetzt und wann man lieber den Verstand gebraucht als Gewalt. Anscheinend setzen wir unseren Wissensdurst recht unterschiedlich in die Tat um. Ich möchte ihn nach Bedarf. Du gehörst zu jenen, die tun, was immer sie für notwendig halten. Vielleicht für Drachmen oder für ein ganz persönliches Ziel. Das trifft auf viele Menschen zu. Ich bin nur neugierig, wieso du es getan hast. Wie könnte ich es nicht sein, wenn du der Grund bist, weswegen mein Freund seine Heimat verlassen muss? Ich habe nichts getan. Ich musste es tun. Ähm... Ja, seien wir mal ehrlich. Ich tat, was man mir gesagt hat. Und deine Belange sind wichtiger als die des Verbanden? Doch du hast natürlich nicht Unrecht. Wer trägt mehr Verantwortung? Anaxagoras, der sich darin verstricken ließ? Oder du, die sein Schicksal besiegelte? Ähm... Das ist eine gute Frage. Mein Kopf tut schon weh. Ähm... Ähm... Ja... An sich... Finde ich, ist Anaxagoras verantwortlich, weil... Ja, kommt drauf an. Ja, okay. Kommt drauf an. Also, je nachdem. Ähm... Ob er unschuldig war oder ob er schuld war bei dieser Sache. Keine Ahnung. Ähm... Dann ist er natürlich verantwortlich, dass er da... Ja... Äh... Wir sind unschuldig. Wir haben gar nichts gemacht, nur ein paar Leute getötet. Ich bin nicht verantwortlich für seine Taten. Ich kann mich nur um eines sorgen. Mich selbst. Ich hoffe, du denkst trotzdem über diesen Tag nach. Über Anaxagoras und deine Wahl. Sokrates. Da bist du ja. Hier bin ich. Du kommst spät. Alle warten schon auf dich. Ich wollte Anaxagoras Urteil hören. Und das habe ich. Sag ihnen, ich bin auf dem Weg. Nun, unsere Unterhaltung scheint hier zu enden. Doch ich hoffe, dass es nicht unsere letzte war. Wir werden sehen. Ein Kopfgeldjäger jagt dich. Yeah, das ist geil. Ein Kopfgeldjäger. Batterie. Kräftemessen. Auf allen Bessen. Gut. Ähm... Dieses Wischiwaschi von Sokrates ist echt kaum zu ertragen. Ich habe das alles zweimal durchspielen müssen. Jetzt höre ich es mir zu drittem Mal an. Ah, schön. Gut. Dann haben wir ja jetzt die Quest. Und dann machen wir die Flucht aus Athen. Ähm, kommt ja ziemlich... Ähm... Ziemlich gelegen wegen den Kopfgeldjäger. So. Ähm... Pitchipatschi, Pitchipatschi. Oh, das ist tiefer als ich dachte. So. Ähm... Ach genau. Äh, Flo. Ähm... Ähm... Ich habe es den anderen schon, äh, gesagt oder erzählt. Ähm... Wir haben jetzt, ähm... Wir machen es jetzt so, dass Odyssee montags, äh, als erstes gespielt wird. Und dann abends, ähm... Ich bin so klein, ich habe dich nicht gesehen. Wieso gehe ich eigentlich zu Fuß? Ich habe ein Pferd. Hm. Egal. Ein Pferd. Bewegung. Also ich liebe es ja, wie die Sonnenstrahlen halt durch, durch die Bäume sind. Oh, da freue ich mich schon mega auf Valhalla, weil die, ähm, die Natur soll ja auch genauso richtig schön sein. Ich bin so klein, ich bin so klein, ich bin so klein. Okay. Ich bin so klein, ich bin so klein.